Hallo und Willkommen hier im Westfalgar Sportpark zum heutigen Meisterschaftsspiel zwischen der Westfalgar Game und der Spielverhandlung Beckung. Besonders begrüßen möchten wir unseren heutigen Gast aus Beckung, die Mannschaft mit ihrem Trainer Robert Meinka, den Vorstand, die Betreuer sowie die anwesenden Trends. Der Sponsor des heutigen Tages, die Firma Westbaubedarf GmbH Ottoheimstraße 19-21 hier in Borken, präsentiert die Mannschaftseinstellung. Gelächter im Westfalgar. Christendomus Torquom! Christendomus Torquom! Christendomus Torquom! Christendomus Torquom! Genere zu wenig! Und dann stammt das Torquom! Oben! Der Mann ist ein Wettbewerb. ... Hey, hey! Hey, hey! Ja, ist doch gut! Ja, ist doch weit, oder? Ja, ist doch gut! 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 Ja, ist doch gut!